Moin sind Leute in der Sekunde, let's play Darksiders, Miniboss, ich glaube, ja, das sieht, oh nein, ich weiß, was für ein Boss kommt. Wir kriegen jetzt erstmal ein neues Item, dafür müssen wir diesen Block kaputt kloppen, bis das Ding richtig kosmisch strahlt. Ich weiß nicht, was das für Eta-Gesichter sind, aber wir kriegen jetzt so einen krassen Bumerang. Gibt es da nicht auch im Asiatischen diesen Stern? Ich meine jetzt nicht irgendwie Shuriken oder Kona, ich meine, da gibt es auch schon einen Begriff für dieses... ...krasse Motherfucking-Ding. Ja, also Kreuzklinge, dann seht ihr das hier, können wir mal machen. So, mit dieser Kreuzklinge können wir schön viel Scheiß bauen. Verderben. Tod und verderben. Tod und verderben. Tod und verderben. Tod und verderben. Ups. Tod und verderben, Digga. Das ist aber hier jetzt nicht, was mich stört, was mich stört, das kommt nämlich noch, angewackelt und das ist... ...richtig ätzend. Nein, auch ihr seid nicht gemeint, da kommt nämlich noch so eine Pestkeule, die ist richtig öel. Und die machst du echt am besten auch, mit Tod und verderben, schön von Weitem. Dann brauchst du erstmal frische Luft. Jetzt kannst du dich dem Stinker nicht nähern. Ich meine, der müsste auch nach diesen kleinen Pimpfen hier kommen. Das ist ja nur die Eingewöhnungsphase. Ja, man denkt sich immer, bevor wir hier den dicken Kloppen rausholen, ...wollen wir erstmal hier da... Ja, da kommt er schon. Sticky, möchtest du nicht. Ekelhaft. Alter Pickel. Mief bis zum Geht nicht mehr. Ja, danke dafür. Die macht nicht nur frischen Atem, die macht auch Schaden, die Kinder. So, schön vorbei, zur Seite, weil der teilt aus, der stinkt und der platzt auch irgendwann. So, fucking alter Pickel. Okay. Ekelhaft, Kopf raus und dann macht's... Boom! So, irgendwie schön weggehen. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich den so gut platt krieg. Ich bin begeistert. Das, Mann. Alter, Scheiß. Ja, ich ziele gleich. Ich werde jetzt erstmal mir was rein zielen. Nein. Ich hätte das nicht gedrückt. Henry, halt die Frisse zu halten. Was, Mann? Kaputt, oder was? Alter, Mann. Die müssen hier echt mal... Oh, nein. Reparieren. Alter. Hör mal, das muss sich ein bisschen aufladen. Friede mit Fleckfleck. Ich kann das auch nicht ändern. Ich muss einen Moment warten. Hab mal Geduld hier. Ah, das geht noch nicht. Ich bin dumm. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie sich die Batschichi? So, bam. Die erste Dings-Ferie gelöst. Das dauert aber noch, bis das Teil erst rein ist. Da brauch ich wieder so ein komisches Auge. Ich hab irgendwas quackeln hier. Wie soll ich das so... ... ... ... ... ... ... ... Sehr episch. Jetzt besorgen wir hier einen Beobachtungsschlüssel. Ich höre wieder mit Schleim. Sonst meine ich nicht die schöne Art im Sinne von Hammer. Sie sehen aber alle gut aus. So, dann... Das ist ein Trick, den ich schon weiß, du... Digga, Alter. Warte mal. So, markieren. Lutsch. Episch durch die Lava gesprungen. Einfach eigentlich nicht episch, aber egal. Swish. Ich will wieder so eine komische Frostertür öffnen. Flutsch. Oh ja, das wird jetzt sehr wunderschön. Nicht. Das wird schön im Sinne von Scheiße. Ich brauche bestimmt wieder Leben, ne? Ich brauche immer Leben. Oh! Ja, spätestens jetzt brauche ich Leben. Irgendwie ist das nicht so meins. Ich dass jetzt nochmal vielleicht erstmal ein Momentchen liegen und probier das Leben gleich. Jetzt bin ich zwar ein bisschen angefickt, aber das ist okay. Oh ja, das war auch anstrengend. Oh, ich muss aufstoßen. Ich hätte das schon verstanden. Wir brauchen dieses Schwert. Wir kommen dabei erst durch, wenn wir die Lava kaputt gemacht haben. Die Lava ist mit krassen Mechanismen versehen. Deswegen müssen wir erstmal das hier drehen, damit das Brückending ein bisschen mobiler wird. Oh, stimmt, das habe ich vergessen. Ich muss erst unten das kaputt machen. Ich bin dumm. Entschuldigung. Wofür waren die? Gott, ich glaube, ich will später, wenn ich das gedreht habe, da konnte ich runter, ne? Dann einfach beschwerlich drüber. Ich mache es so. Chip. Ach, ich muss mal wieder so ein Teil holen. So, ich erstmal vielleicht nochmal rüber. Damit wir gleich diese geilen Rädchen hier aktivieren können. Das ist eine inaktive Bombe. Das ist aber nicht so wild. Die können wir scharf machen. Dann brauchen wir nur gleich Foy, Foy, Foy. Kein Springen mit dem Ding? Ja, gut. Aber ich bin kein Dings. So, deswegen ist da vorne auch Foy, Foy. Ich sollte vielleicht näher rangehen. Ist auch definitiv hier. Bam. Chemie. Das kann ich eigentlich wieder nach oben. Und drehen. Aber das Artefakt hätte ich trotzdem gerne. Das würde ich mir gleich noch irgendwie krallen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Dann beschwere ich Weg. Ich habe jetzt gerade echt voll Bock auf so einen Streusel-Taler. Ich bin weird. Also wirklich so richtig mega weird. Ich kann fressen bis zum Geht nicht mehr. Aber ich werde dann auch krass fett. Also kann ich das nicht tun. Aber so vom Essenstechnischen. Also ich bin schwarz ist ein Loch. Wenn ich jetzt so zu den Weibern gehören würde. Halleluja. 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 Die nicht fett werden würden. Ein Traum würde in Erfüllung gehen. So. Weil ich... Kann ich... Geht das eigentlich? Ich glaube, den mache ich damit kaputt, oder? Ja. Hätte ja sein können. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen kombinieren. Das ist jetzt wie... Wie heißt das? Domino. Okay, vielleicht muss ich es nicht ganz so eng machen. Tiefschuldung. Möchte ich aber doch da zünden und so. Oh, okay. Wir sind ja erstmal in... Ab... Tiefschuldung. Habe ich da gemacht? So. Das ist wunderschön, Alter. Ich muss hier so einen Penis machen. Oh, shit. Ihr seid nicht beeilen. Ich kann doch kein... Wunderschönes Gemälde hier machen. Ich glaube, das ist auch echt nicht so... Okay, gut. Die Inaktiven verschwinden nach einer Zeit. Das wusste ich nicht. Dann machen wir es halt nicht so inaktiv. Und auch jetzt nicht so... Ich könnte jetzt noch irgendwelche schön vormachen. Hallo? Oh, jetzt ist schon wieder nach oben der Shit weg. Ach, Junge. Ja, geil. Oh, das hat gereicht. Nee. Gut, dann muss ich es nicht so kleinschrittig machen. Aktiviere ich das hier? Warte mal. Bitte. Dekoration. Warte dazu. Sehr schön. Die erste, die ihr fragt, Madame, ist da. Ah, fick dich doch ins Knie. Flatterfotzen. Männchen. Ja, die kann ich aber jetzt nicht anspringen. Junge! Oder? Ich verbring mir da doch die Finger, oder nicht? Ist das Ding noch da? Gott sei Dank. Einen kleinen Moment. Ich hätte gerne das da, und ich möchte es gerne zu dem da. Do your thing. Oh, oh. Gut. Dann kommt der zweite jetzt gleich, und dann habe ich schön... Laba lava. Möge die Brücke sich meiner erbarmen. Ah, shit. Geh, geh doch einfach kaputt, du blödes Knie. Ja, komm, Rotzekopp. Mach die Fresse zu. Ich muss den noch betolen. Äh, geht doch. Und alles nur für so'n Scheißschwert, oh, und Seelen. Dass ich wieder abgeben muss. Und mehr Seelen. Schön. Das zieht sich gerne. Para, para, para. Scheiße, gab es für eine Währung. Ihr kennt mich. Ich kann das nicht immer noch. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da zurückkomme. Habe ich mir noch keine Ahnung von. Yay. Ach, das war es mir wert. Ach so. Ich kann... Ey. Boah, ich habe das eben nicht mitgenommen. Ich habe das nicht gesehen, dass ich da lang springen kann. Ich bin dumm. Äh, gut, das war nichts Neues, ne? Eja. Wir haben mit. Ups. Was passiert, wenn man auf den Timer guckt, ne? Weil ich das Ding ja auf Vibrationen ausgestellt habe und einfach auf Stumm. Dann muss ich halt leider immer mit den Augen oder nach links und rechts gucken. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele In ihre Hände, Madame. Klatscht zusammen. Cool. T-Rex. Äh, das Leben kann ich mir jetzt erstmal noch schenken. Sowieso, ne? Leben schenke ich, was schön ist. Das machen wir erstmal hier. Gebot, ne? Wir sind ja kapitiert übel. Das brauche ich gerade alles nicht. Hallo. Wir surfen, eiskalt. Ups. Wir sind noch die coole Sau. Und dürfen wir jetzt hier ein bisschen spielen. Genau. Ein hoch-fucking-runter-Spiel. Mit so kleinen Ziggis. Aka Fredermäuschen. Okay, danach werde ich mein Leben brauchen. Oh, Junge. Also die Lebensruhe. Das muss ich kaputt machen. Das muss ich kaputt machen, weil es gibt hier auch einen Bonus, ne? Deswegen unten siehst du ja auch schon diese Palattformen. Und die werden unter anderem auch durch Data gesteuert. überlebe ich das, wenn ich ja jetzt hinspringe. Ich habe keine andere Wahl, ne? Wir brauchen ja noch so einen mächtigen Gegenstand. Der kommt erst... Wenn ich wirklich richtig stehe, meine ich. Wenn ich das aktiviert habe, was ich aktivieren muss. So, jetzt haben wir ja jetzt schon so einen leichten Treppenaufstieg. So, Aka. Ich glaube von da. Und dann... Schaffe ich es, bis dahinten zu gleiten? Ich glaube nicht, oder? Wir probieren es einfach mal, weil es gerade nicht besser weiß. Ich hätte theoretisch auch mal das eine Ding anfingen können. Aber das ist super. Da haben wir nämlich jetzt auch hier das erste... ...Stüffchen. Können dann hier krass drauf schimmeln. Und da kriege ich mein mittleres Ding. Das ist jetzt wichtig, um zweierlei zu tun. Ich habe nämlich zwei Sachen, die ich freibomben möchte. Das ist Bonus. Weg damit. Da ist Pflicht. Ups. Jetzt muss ich erst mal das hier wieder kaputt machen, indem ich... Oh, oh. Ähm. Gut, ich wäre nicht gestorben, aber es ist trotzdem nicht ganz so geil. Dann müsste ich da wunderbar hochkommen. Ich weiß gar nicht, ob das aber so gelohnt. Ja. Lohnt sich. Also jetzt kann ich auch wieder zurück. Und ich habe hier noch... Gott, meine ich. Was ich zu erledigen habe. Nee, der Rückweg ist ja geebnet. Mitnehmen. Das machen wir eben. Bim, bim, bim. Sehr schön. Shortcut. Den ich jetzt wieder kaputt machen kann. Äh. Ja, dann würde ich sagen, ich mache das hier jetzt nochmal fresh für mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. so, dass ich mich versprechen will. Äh, das ist echt... Untertitelung des ZDF, 2020